Hallo, ich bin die Theo. Ich bin 19 Jahre alt und ich bin jetzt schon seit einiger Zeit im Chor. Und ich interessiere mich für Theater, für Musiktheater und alles, was mit Schauspiel und Gesang zu tun hat. Und letzte Woche habe ich jetzt einen Anruf bekommen von Cantemos Chor, dass es ein neues Projekt gibt dieses Frühjahr, was wir so noch nie gemacht haben, und zwar ein Filmprojekt. Und ja, ich bin jetzt für die Dramaturgie von unserem neuen Filmprojekt zuständig. Ja, was ist die Dramaturgie? Die Dramaturgie beschäftigt sich im Grunde mit allem um das Stück oder den Film herum. Also das heißt, die Geschichte, die Texte, Handlungsstränge, Charaktere und alles, was dazu gehört, dass man diesen Film entwickeln kann. Und ja, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall eure Hilfe, weil in unserem Filmprojekt ist ja noch gar nichts sicher. Wir wollen das jetzt erst alle zusammen entwickeln. Und dazu brauchen wir natürlich Ideen, Vorschläge, Inspirationen, um uns eine schöne Geschichte ausdenken zu können für unser Projekt. Und ich möchte deswegen eine Dramaturgiegruppe gründen, wo wir uns dann alle zusammen austauschen, also alle, die Interesse haben natürlich, und zusammen dann die Geschichte und die Charaktere für unser Stück entwickeln, so dass wir dann auch den Text schreiben können für unseren Film. Und deswegen ist mein Aufruf an euch, meldet euch, wenn ihr Interesse habt, eine Geschichte zu schreiben oder mitzugestalten und so einen ganz, ganz großen Teil beizutragen zu unserem Film. Und wie die Kommunikation genau aussehen wird, das wird alles noch bekannt gegeben. Also erstmal geht es darum, meldet euch, wenn ihr Lust drauf habt. Und ja, genau. Ich freue mich sehr, wenn sich viele Leute beteiligen, weil ich werde die Geschichte mir nicht allein ausdenken für den Film, sondern das ganze Projekt lebt von Kort C, also von euch. Und ja, ich bin momentan der Sammelpunkt für die Ideen, Vorschläge und alles, was euch einfällt, was euch wichtig ist für unser Projekt. Und da werden wir uns dann zusammenschreiben oder Videochats machen und zusammen diskutieren und so, ja, eine Storyline entwickeln, so dass wir am Schluss, ja, den Film drehen können. Weil das ist ja die ganz, ganz wichtige Vorarbeit. Und ich finde, die Gruppe ist mit das Wichtigste momentan von unserem Projekt, weil wir sozusagen die Spielemacher sind. von unserem Film, von unserem Projekt. Und deswegen freue ich mich sehr, wenn sich viele von euch melden, die gerne mal was von sich einbringen würden oder gute Ideen haben. Weil ich bin mir sicher, dass einige von euch schon vor Ideen bersten. Genau, und die können die sozusagen bei mir loswerden. Und dann werden wir zusammen was sehr Schönes erschaffen, denke ich. Also, sag Bescheid und ich freue mich sehr auf ein gemeinsames Arbeiten. Und bis bald!